Fagvö. Oder kurz gesagt FAQ. Das dritte glaube ich. Das Ganze wird ein etwas kleineres Video, weil ich glaube nur drei oder vier Fragen bekommen habe. Aber ja, wenigstens etwas und ich hatte mal Bock wieder eins zu machen, von daher legen wir direkt mal los. Gami fragt mir Nämlich, was mein Lieblings-MCU-Film ist und ob live der Lustigste ist. Also erstmal dazu, ja, live ist der Lustigste, finde ich zumindest persönlich. Ist das jetzt dein Scheiß-E... Naja, egal. Nee, aber ernsthaft, der ist schon cool. Schaut auf seinem Kanal vorbei. Love für dich, love für dich. Jetzt habe ich auch ne Batman-Masker. Und mein Lieblings-MCU-Film ist schwer zu sagen tatsächlich. Aber ich denke, es ist immer noch Avengers Endgame. Denn wenn ich ein Blockbuster so hätte, also wenn im Wörterbuch Blockbuster steht, dann müsste da eigentlich Avengers Endgame stehen. Denn das packt einfach alle Marvel-Filme, die bisher da gewesen sind, zusammen und gibt einen super, wirklich super würdigen Abschluss der gesamten Filmreihe eigentlich. Natürlich, es kommen noch weitere Filme, aber Avengers-Filme kommen ja keine mehr, soweit ich weiß. Und ja, deshalb, das ist eigentlich so mein Lieblings-MCU-Film tatsächlich. Leifei höchstpersönlich fragt, magst du Zimax? Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Aber diese habe ich mir besonders viel zum Schluss aufgehoben. Denn das ist eine Frage, die die Menschheit schon super lange beschäftigt. Mindestens ein paar Jahrtausende schon. Die Fragen aller Fragen. Die Frage, die sich schon jeder gestellt hat. Gehört Ananas auf Pizza? Von alt plus r schrägschicht Max. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Denn es gibt Menschen, die lieben Pepsi. Es gibt Menschen, die lieben Cola. Kein Product Placement an der Stelle, wie immer. Es gibt Menschen, die mögen lieber Xbox. Es gibt Menschen, die lieben lieber Playstation. Ich bin Playstation-Spieler. Ananas ist da ein ziemlich kontroverses Thema. Denn ich mag Ananas auf Pizza tatsächlich. Es schmeckt mir. Loll, da war hier die Kamera. Ne, es schmeckt mir tatsächlich. Ananas auf Pizza ist nicht immer gut. Kommt auf an, was für eine Mischung. Wenn da Fisch drauf ist, auf keinen Fall. Aber sonst kann man es doch eigentlich schon ganz gut essen. Pizza bei Essig. Ja, doch. Ananas gehört auf Pizza so gesehen. Es ist nicht bei jeder Frucht so. Ananas ist ja eine Frucht. Aber ja. Ananas ist eine Frucht. Klar, Sherlock. Aber ja. Das waren alle Fragen. Gut, ich muss sagen. Ich hätte die Frage vielleicht gestern stellen sollen. Dann abwarten sollen. Nur ich wollte es FAQ heute machen. Gleich geht es ab in den Stream. Und ja. Folgt mir auf Twitch. Ich bin wieder ein bisschen auf Twitch aktiv. Ich habe ein neues Layout. Max hat mir Layout gemacht. Danke dafür übrigens nochmal. Ja. Wir zocken. Geht erst an Andreas. Wenn das Internet endlich mal mitmacht. DannILA 매シルクVirus. uler. Geräusche. Tingene. Dannイeste. Mann. 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 snacks. considered.